Sieht nach Miet aus, aber am Stöckchen. Die Beschreibung ist mega. Mega Beschreibungen. Mega Beschreibungen. Vor allem, warum kriege ich jetzt von der Allmarkt eigentlich keine Lizenzen zum Tröten? Ich möchte die Lizenz zum Tröten. Kann ich das eigentlich auch halten? Nein. Ist schade. Das ist schade, dass wir es nicht halten können. Dann hält es gar nicht, weil es verspricht. Na, oh Mann. Sieht gut aus, wa? Mein Fein. Ja, mit der Christus so ergeben. Nein, ich weiß nicht. Hat nie so geklappt. Ich glaube da hinten, links waren wir auch schon, ne? Bei dem Pimpel. Warte mal. Müsst du... Mh, ja, müssten wir eigentlich. Müssten wir schon mal gewesen sein. Wir sind bald fertig. Aber wir müssen Zement und sowas machen können, ne? Also, damit wir dann Häuser bauen können, wahrscheinlich. Liegen wir sehr stark von aus. Und dann, ja... Aber wahrscheinlich brauchen wir noch mehr Lizenzen. Und dann, ja, wir müssen ja noch Fische da rein tun, oder so in den Zement. Das ist Klebstoff, gell? Nein, da kommt keine Bilder rein. So, wir haben das Holzgehalt fertig. Juppi. Oh, wie war das 5-4 für die Pferde vom Segelberg, ne? Naja, nur kann ich jetzt keine drei Finger einhalten. Oder so, wann war das, ne? Jetzt sehe ich auch mal hier auch nicht, ne? Das ist schon doof. Die Dinger können wir mal machen. Die Dinger... Lagerfeuer können wir übrigens machen. Das ist gar nicht so doof. Lagerfeuer, weil dann können wir den hier wieder herstellen. Da haben wir drei davon. Und ja, das ist schon mal nice. Aber wir kriegen kein Zement oder sowas hin, ne? Also, das ist... Hoppus, ja. Finde ich auch gut, dass es hier angehakert ist. Was man machen kann, was nicht. Actually... Ja, wenn, brauchen wir die Trap wieder, ne? Und Fußwege. Natürlich Fußwege. Hm. Ja, wie gesagt, wir können den anderen Kram gar nicht machen, ne? Und ich würde gerne mal minern gehen. Also, richtig minern. Dass es dann aussieht und so, ne? Also, wenn man so richtig minert. Dann minert man mehr. Warte mal, E zum Aufheben. So, Lagerfeuer, danke. Und dann kommt da ein Funagi hin. Oder so, ne? Das ist ein Fisch. Ähm. Kann der Hügel kennen. Die war drehen mit E, ne? Boi. So, jetzt haben wir drei davon. Aber wir verbrennen uns nicht mehr im Feuer. Ja, das Lagerfeuer Lied. Ähm. Ja, gut, man könnte sie hinten hin tun, oder irgendwas, ne? Aber jetzt im Braten ist es eigentlich auch nicht so verkehrt. Wollen wir ja braten können? Brr, 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 brr. Oh, wir packen es da hin. Ein schön warm beim Schlafen. Aua, morgen früh war ich auf, dann brennt der Kopf. Hunting sind wir weitergekommen. Und Mining. Sehr schön. Oh, 4.999. Schöner Preis. The price is high. Äh, so, oh, so. Äh, so. Ja, den, den da. Den haben wir geknodelt. Ja, ja, der ist wieder on, on, so, äh, Island. So. Ja, mein Hund für Tagesmests wieder. Auch Muscheln haben wir schon. Fischen, geh weg. Und, und hier. Wie soll ich das machen? Ich brauch doch hier. Plan 4, crop, pop, schnopp, seeds. So. Die Hände sind weitergekommen. Müssen wir ja mit einer Lizenz in Gruppen dann, demnächst. Gekocht haben wir jetzt auch mal. Das war es schon, oder was? Crafting crazy. Crazy crafting. I don't know. So, so, wir haben noch, ähm, my deals. Ach, details, nicht deals. Hier, Leute. Fotos. Ich weiß nicht, wie man ein Foto macht. Media, tasks. Genau, tasks waren das. Ist das andere von dem anderen? Jo, nicht da. Hm. I don't know. Us flitch about the town to apply for the shop dead. Deed. Indeed. I don't know. Uh, attract a total of 5 permanent residened resident. Mein Fresse. To move to Rügen. Yes, but how do I do that? Wie mache ich das, ihr Schweinebacken? Äh, so. Ich habe keine Ahnung. Was liegt da denn neben? Ist das eine Muschel? Jo. Kommen noch Muscheln raus? Man kann es anheben und wegschmeißen. Aber so macht es auch schon, ne? Wir sollen schon wieder Muscheln sammeln. Muscheln sammeln. Weißt du, wir müssen Muscheln sammeln. Muscheln musch. Musch, musch. So, komm. Da sind doch noch ein paar mehr Muscheln. Muschel die Muschmusch. Nein, 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 nein. Ich glaube, das ist noch ein Stickie, ne? Ja, äh. Nee. Kommen wir nicht ran. Dann eben nüch. Dann eben nüch. Babi, 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 babi. Schubi, babi, babi, babi. Alter, ist das mal weg, jo. So, da hinten ist noch mehr Strand. Und wir müssen ja... Ja, vielleicht kaufe ich mir gleich nochmal eine, äh, Standard-Picke. So, haben wir jetzt genug Muschel gemuscht? Muschel die Muschmusch. Ja, jetzt wisst ihr, warum die Eltern so aggro sind. Weil die sich gar nicht wehren, ne? Die Kleinen hier. Deswegen sind die Eltern so mega aggro. Und sagen, wir müssen die kleinen Kids aufpassen. Dass denen nichts passiert. Kann man nach. Ja, kann man nachvollziehen. Ich werde auch mega aggro. Wenn ich wüsste, mein Kleiner, der ist so der, 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 der weiß nicht, wie sein Schnabel zugebrochen oder so, ne? Das ist leer. Würde ich den auch um allen verteidigen. So, ach ja, hier wollte ich gar nicht hin. Ich wollte nicht in die Richtung. Oui! Boing, boing, I'm a kangaroo. Oh Gott. Hört ihr das? Das sind die Steine. Nice. Another sound. Alter, du hast mich da angebrabbeln. Jaja, hier kriegst du Muscheln. Muscheln, Muscheln, Musch, Musch, das Ding. Ob ich losstelle? Ich weiß nicht. Ja, die ist los. Äh. I don't know. So, warte mal. Ja gut, die müsste ich eigentlich auch noch durchbauen. Hier, das sind die Ohren. Die Bars würde ich jetzt nicht weggeben. Dann lieber die Shining Stones oder so. Dann zwei Dings. 0,4. Das ist wesentlich besser. Komm, schmeiß weg. Komm, schmeiß weg. Ich brauche Kohle. Ich weiß nicht, wofür, aber ja. Hardwood Lock. Ja, nee. Die wollen wir auch noch sehr engern. Okay. 3.000. 3.000. Ja, langsam kriegen wir mal jetzt. Vielleicht können wir uns den zweiten Barbecue kaufen. Das wäre gar nicht mal verkehrt, wenn wir ein zweiten Barbecue hätten. Dann verbrennen wir uns halt nicht so wie beim Poirier. Und so ein Kack. Ah. Moment, mal kurz kratzen hier. Hitzig, kratz, kratz. Ich glaube, die Fackeln, die sind wieder angegangen. Ja, die Fackeln einfach die ganze Zeit, ne? Es ist gut, lass die Fackeln nicht weggehen. Da stand irgendwas von One Day und blau. Ach, Mist. Damn it. I want to buy something. I want to buy something, mein Kollege. Was war das denn hier? Ja, du musst mich nicht zuquatschen. Ich will das Ding nur kaufen. Danke. Take it. Sold out. Have a nice day. Äh, so. Hab einen schönen Tag. Ähm. Na, na, na. Übrigens, das sag ich auch öfter mal, äh, Postboten oder so, ne? Und da hatte ich auch wieder einen, der, äh, nicht gerade gut Deutsch sprach. Muss ich wirklich dazu sagen. Ist ja nicht so schlimm. Also, der hat sich dann versucht, mit, äh, den, den Standarddings, die er so gelernt hat, äh, durchzufüßeln. Aber, ach, hier sind ja noch mehr Muschelscheiße. Muschelscheiße! Ja, toll. Tolle Wurst, Muschelscheiße. Äh, da kommen wir mal die Klinge noch dazu. Äh, die Nox könnten wir jetzt ja mürbeln. Und ich würde mal wieder ein bisschen Steine hacken, oder? Mann, das ist so eine der Hauptaufgaben hier, glaube ich. Nein, nein. Ja, man merkt auch, dass es eine Billigpicke ist. Und nicht die, die wir sonst verwenden. Und ich würde gerne wissen, wie man dieses Tool craften soll. Und angeln. Nein. Nein. Wollen wir wirklich nochmal angeln versuchen? Oh Gott, ich bin somit von tot. Ja, gut. Das gibt jetzt viel Leben, ne? Ja, das war falsch. Come on. Ein Literalari. Ja, gut. Ja, die wehren sich ja nicht, ne? Das ist eigentlich voll gemein. Die tun mir irgendwie voll leid. Wisst ihr was? Ich greife euch nicht an. Weil, weil das... Ich finde das unfair. Ich finde das doof. Gut, ist leichte Beute und alles. Ja, aber wenn, dann hau ich die Richtigen. Die, die sich auch wehren können, ne? Ähm, Känguru. Obwohl, das Känguru kann sich auch wehren. Hi, Känguru. Ja, gut. Ich soll jetzt auch nicht für Zürde und alles nicht angreifen. Äh, ja, von denen haben wir auch so viele. Gott, die Hundis will ich gar nicht angreifen, weil... A, Hundis. Und B, ähm... Ich glaube, wenn ich einen Hundi angreife, kommen die im Rudel. Dann kommen die im Rudel und machen mich zum Pudel. Oder so ähnlich war das. So, hier waren die Dingsbräumchen. Ja. Da unten ist übrigens auch noch einer. Ah, soll ich den jetzt angreifen mit einer Axt? Ich weiß nicht. Die bringt halt nicht so viel, ne? Die bringt halt nicht so viel. Wir hätten jetzt noch ein Nest. Meine Nase juckt. Hm. So, wirklich, ne? Also, wirklich schön ist nett. Können noch ein paar Palmen, äh, juckeln. Warum nicht? Wie ist das vorher so? So. Ich müsste echt mal gerne, wie man Zement machen soll. Wow, wie hat das gemacht? Impfschlag gemoved. Also, bedreht. Ja, turn around. So. Dann kriegen wir wieder Palmen-Seeds, die wir aber nicht verwenden können, weil ich diese komische... ...dies komische Pool nicht habe. Womit man das verwenden könnte. Äh, das kotzt mich voll an. Ich glaube, die Palmen-Dinger brauchen wir auch nochmal, äh, um neue Dinger herzustellen. Also hier Äxte und sowas. Ja, die Seeds sind ja, äh, das ist für den Arsch, weil ich sie nicht verwenden kann. Ah, das ist schon ein bisschen doof, ne? Ja gut, muss ich jetzt noch mit haben. Angeln will ich einfach nicht. Ich will nicht angeln. I hate, I hate, I hate to, äh, angel, I don't know, auf Englisch, to, to, äh, catch, äh, Fisches. I don't know. La 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 la. The right word auf Englisch. So. La 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 la. Ich meine, ich habe letztens einen Kotzanfall dabei gekriegt. Also, das muss ich nicht wiederholen. Nicht wirklich. Ja, also zum Dings und Sohn haben wir nichts. Können Bäume, äh, machen ja. Und die hier verwurschteln übrigens auch noch. Oh Gott, ist das Ding auch im Arsch? Jupp. Das sieht sehr für den Arsch aus. Ja, jetzt habe ich natürlich nur eins davon, ne? Aber kochen kann ich damit auch nicht, ne? Irgendwann. Was ist das hier? Leamington. Oh my goodness. Okay. Bread. Fairy Bread. Ist das eine schöne Art Toastnod? Sugar Bread. Ja, warte denn nun. Fairy or Sugar. What? I hate English. I hate English. I hate English.